Für das heutige Video brauchen wir ganz starke Nerven. Es ist soweit Türchen Nummer 11. Und wen könnte man besser in Türchen Nummer 11 tun, als die beiden Freibiergesichter LR11 und FH11. Die haben nämlich brillanterweise zu Zeiten, wo es noch erlaubt war, vor Corona einen Biertrinkwettkampf gemacht. Und das Ergebnis, das zeige ich euch gleich in Türchen Nummer 11. Aber vorher möchte ich euch nochmal sagen, dass es heute wieder Gutschein Alert ist. Also nach dem Video hier findet ihr um 19 Uhr dieses Türchen in Bildform auf Instagram. Und einfach einen Kommentar wieder drunter lassen und mit etwas Glück einen 10 Euro Gutschein gewinnen. Ich würde sagen, viel Glück und Clip Up! Tür Mitte, zur Tüte, zum Sani. Zack, zack. Alter, der ist ja schocker. Jetzt ist der schocker. Ja! Und jetzt nochmal den Ronaldo. Süüüüüüüüüüüüüüü.